Ein Ford Fiesta ist hier zum Verkauf angeboten. Der blaue Kleinwagen hat drei Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kleinwagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, ABS, ESP, elektrischer Seitenspiegel, Physiofix, Kindersitzbefestigung und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Benziners überträgt eine Leistung von 60 PS. Der angegebene Verbrauch liegt bei 5,2 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 8.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte aus 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 L